Herzlich willkommen, guckte Freunde, Investor und Newcomer. Was geht denn ab, Leute? Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Start in diesen wunderschönen Tag und ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne Weihnachtszeit gehabt. An alle, die die Weihnachten nicht gefeiert haben, wünsche ich natürlich, dass ihr ein wunderschönes, freies Wochenende hattet mit einem verlängerten Tag. Gucken wir uns mal an, was der Markt hier macht. Hier und da steigen zwar einige Coins, aber insgesamt ist der Markt extrem stark am Flaggen. Das, was man erwartet hatte mit der Weihnachtsrallye, ist jetzt nicht aufgegangen. Musste auch nicht unbedingt kommen, nur weil es in der Vergangenheit öfter mal so passiert ist. Mag sein, dass wir doch bis zum Ende des Jahres eventuell eine kleine Rallye sehen könnten. Aber das schauen wir mal, ob das wirklich passiert. Da können wir nur darauf spekulieren. Wir haben interessante Informationen zum Housing Bubble in den USA. Es gibt auch spannende News zu Stellar, zu XLM und was Japan betrifft und den Regulatorien bzw. den Gesetzen zu Stablecoins. Ihr wisst ja, Stablecoins wie USDT, USDC waren verboten in Japan. Gucken wir uns mal, was sich da geändert hat. Dann haben wir sehr interessante Informationen zu den Bereichen, wo sich Bitcoin gerade befindet und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, in welche Richtung es hier in den Markt gehen kann. Okay Leute, tauchen wir ein. Bevor wir das Video beginnen, möchte ich, dass ihr euch eine Sache vor Augen haltet. Vor 20 Jahren gab es all diese Unternehmen hier noch nicht. Sei es Uber, sei es Airbnb, sei es Shopify, Skype, Zoom, Chrome, LinkedIn, Snapchat, Google Maps, WhatsApp, Reddit, Amazon Prime, Netflix, Gmail, iPad, Tesla, Bitcoin natürlich auch, Android, TikTok, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, iPhone. All diese Unternehmen gab es noch vor 20 Jahren nicht, Leute. Und ich bin der Meinung, wenn man in den nächsten 10 Jahren beziehungsweise in den nächsten 20 Jahren hier rauf schaut, werden einige große Krypto-Unternehmen auch auf dieser Liste zu finden sein und viele, viele andere werden auch hier rauf gucken dann und sagen, wow, was, diese riesen Krypto-Unternehmen gab es nicht. Denn wir befinden uns im Kryptomarkt in der schnellst wachsenden Branche jemals. Und wenn wir uns sowas anschauen, dann können wir nur eine Idee davon bekommen, wie Applikationen auf der Blockchain in Zukunft sich entwickelt werden. Netflix hat ungefähr 41 Monate gebraucht, bis sie eine Million Nutzer hatte. Twitter hat 24 Monate dafür gebraucht, Facebook hat 10 Monate dafür gebraucht, Instagram hat nur 2,5 Monate gebraucht. Jetzt hat der ChatGTP nur 5 Tage gebraucht, um eine Million Nutzer zu finden. Und ich sage es euch, Leute, ich sage es euch, sobald wir Mainstream-Applikationen haben werden, sobald wir regulatorische Klarheiten haben werden, wird sich das im Kryptomarkt auf ähnliche Art und Weise drehen. Der Housing-Bubble in den USA scheint langsam zu platzen, Leute. Schaut euch das mal an. Das hier war der Einbruch, den wir durch Corona gesehen haben, 2020. Wir haben uns erholt und jetzt schaut mal an, was jetzt wieder passiert. Wir sind fast wieder in die Bereiche gekommen, wo wir zu Corona-Zeiten waren. Einkäufer sind einfach nicht bereit, zu den Preisen, die wir aktuell haben, Häuser zu kaufen. Und das wirkt sich dann halt hier auch auf die Hausverkäufe aus. Wollen wir mal sehen, in welche Richtung sich das weiterentwickelt. The Financial Service Agency in Japan hat jetzt ihren Ban zu Stablecoins in Fremdwährungen aufgehoben für 2023. Und das Ganze wurde hier geteilt von Digital Pound Foundation. Ihr wisst, wer da alles hinter steckt. Da ist noch Quant mit drin. Da ist Ripple auch mit drin. Und jetzt schuldet euch das mal an. Jetzt posten sie auch sowas. Es geht hier halt in die richtige Richtung. Und warum sich Japan jetzt dafür entschieden hat, das würde ich gerne wissen, warum sie jetzt auf einmal bereit sind, diesen Ban aufzuheben. Natürlich geht es hier darum, nicht zurückzubleiben. Denn es geht immer weiter Richtung Digitalisierung. Es geht immer weiter Richtung Blockchain. Es geht immer weiter Richtung CBDCs. Und die werden wahrscheinlich auch sehr, sehr stark in Richtung Stablecoins gehen. Darum können sie das nicht mehr lange zurückhalten und haben ihren Ban jetzt auf jeden Fall aufgehoben. Starke News auch aus der Stellar-Fraktion. Es wird Mitte nächsten Jahres möglich sein, Smart Contracts auf der Stellar Blockchain laufen zu lassen über Soroban. Es entwickelt sich auch also in diese Richtung weiter. Ich bin sowieso sehr, sehr gehypt, was XLM auch angeht. Ich rede sehr selten darüber. Aber welche Partnerschaften sie an Land ziehen, wie sie mit verschiedenen Zentralbanken jetzt schon zusammenarbeiten für Micropayments, stimmt mich sehr, sehr positiv, was dieses Projekt hier angeht. Viele, die nichts von Chart-Analysen halten, die werden vielleicht eher diesen Chart hier mögen. Das ist trotzdem der Bitcoin-Chart nur in einer spiralförmigen Art und Weise dargestellt. Und schaut euch das mal an. Wenn man sich das anguckt, wann immer wir eine Bottom-Bildung hatten, sind wir immer in diesen gleichen Bereichen gewesen. Schaut euch das mal an. Das ist super, super interessant hier zu sehen und auch eine sehr, sehr interessante Darstellung. Immer, wenn wir hier in der Capitulation und in der Depressionsphase waren, hat sich der Boden bei Bitcoin gebildet. Und immer dann, wenn wir hier beim Halving gehören, was meistens immer in der gleichen Zeitperiode, beziehungsweise in der Zeitspanne stattgefunden hat, ist die Bitcoin-Rallye erstmal so richtig losgegangen. Und wann hatten wir unsere Peaks, unsere All-Time-Highs? Wir haben unsere All-Time-Highs immer in den gleichen Bereichen ungefähr erreicht. Und immer dann, wenn die Euphorie am allerhöchsten war, ein sehr, sehr interessant dargestellter Chart. Für viele, die sagen, Chart-Analysen ist nichts, wird vielleicht diese vereinfachte, kindliche Darstellung etwas mehr Anreize dafür geben, sich Chart-Analysen anzuschauen. Stockman, die Lizard, zeigt uns hier in diesem Chart den Williams-Percent-Range-Indicator. Und dabei geht es eigentlich nur darum, dass man einen überverkauften oder überkauften Markt hier anzeigt. Und wie wir sehen können, sind wir hier in diesen unteren Bereichen in der längsten Phase, wenn man es vergleicht mit den letzten Bärenmarkt-Tiefpunkten. Wir haben nur kleine V-Bottoms gehabt, kurze Berührung der unteren Linie, wie wir hier sehen können. Aber jetzt haben wir eine längere seitliche Flag-Phase in diesen unteren Bereichen. Und das zeigt uns einfach, dass der Markt sich hier stark hält und dass wir nicht mehr lange warten werden müssen, bis das Ganze wieder hochgeht. Und wenn wir uns auch die Zeitspanne anschauen, wie lange wir uns zwischen den beiden Tiefpunkten immer bewegt haben, sind wir hier ungefähr, ungefähr immer auf die gleiche Zeitperiode gestoßen. Darum ist es wahrscheinlich nicht mehr lange hin, bis der Markt sich ein bisschen nach oben bewegt. Benjamin Cohen präsentiert hier den Bitcoin Year-to-Date Return on Investment. Und zwar den 2014er, 2022er und den 2018er Bereich, beziehungsweise die Bärenmärkte. Und wie wir sehen können, befinden wir uns jetzt genau zwischen diesen beiden. Viele, viele unter anderem wir auch erwarten, dass wir noch etwas nach unten gehen können. Das heißt, es zeigt uns hier, wenn wir es vergleichen, dass es noch Potenzial gibt nach unten. Es zeigt uns aber auch, wenn wir es mit den 2014er vergleichen, dass es das auch schon gewesen sein kann. Und dass wir gar nicht so weit runter gehen werden. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Er bietet immer sehr, sehr interessante Ansichten. Schaue ich mir gerne an, den guten Mann. Darum wollen wir mal sehen, in welche Richtung das geht. Ich bin hier auf eine sehr simple und interessante Sache getroffen. Schaut euch das mal an. Als wir den All-Time-High gebildet haben, haben wir immer wieder starken Support bei dieser Trendlinie gefunden gehabt. Längeren Support in diesem Bereich, bevor wir einmal eingebrochen sind. Ab diesem Zeitpunkt haben wir eigentlich nur noch Resistances gehabt in diesen Bereichen, beziehungsweise wo wir in die Nähe dieser Trendlinie gekommen sind. Und bis jetzt haben wir den auch noch nicht berührt. Wenn wir uns im unteren Bereich die Trendlinie setzen, in diesem Bereich und hier bei dem Tiefpunkt, den wir jemals gebildet haben, haben wir den auch jetzt aktuell ein- beziehungsweise zweimal angetestet und sind jetzt nach oben gegangen. Ich finde diesen Bereich hier auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ein sehr, sehr interessanter Channel, der sich hier bildet. Und an der Stelle ist es jetzt natürlich interessant zu beobachten, werden wir hier wieder Resistance finden oder werden wir hier unten wieder Support finden? Wann werden wir diese Linie durchbrechen oder diese hier oben? Das ist natürlich das Spannende, worauf wir jetzt achten müssen. Aber jetzt erstmal können wir uns zurücklehnen, den Markt betrachten und schauen, was es für uns noch geplant hat. Darum Leute, ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag und Crypto Heroes out!